Unsere Idee vom Leben? Leben ist Vielfalt. Wir zeigen, wer wir sind. Wir lassen uns feiern. Wir stehen ganz oben. Und wollen noch höher hinaus. Aber was ist, wenn ich anders bin? Kann ich dann trotzdem mit nach oben kommen? Und wie erlebe ich dann die Vielfalt? Vielfalt geht nicht allein. Vielfalt geht nur gemeinsam. Und das Schönste daran? Mit mehr Gemeinsinn gewinnen alle. Du, ich und ihr.